Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, falls ich etwas blinzel oder etwas komisch gucke, heute liegt das erstens daran, dass mich die Sonne blendet. Und zweitens habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich Rückenschmerzen habe und vielleicht verzehre ich heute etwas mein Gesicht. Dann wundert euch bitte nicht. Ja, heute soll es wieder mal um das Thema Angstattacken bzw. Panikattacken gehen. Und ich möchte heute darüber sprechen, was man während eines Angstanfalls bzw. Panikanfalls tun kann. Also aktiv noch tun kann, nicht generell gegen die Störung, sondern wenn diese Attacken da sind. Man muss ein bisschen gucken, wann man das noch anwenden kann. Mir fällt immer wieder auf, manche sprechen von Panikattacken, meinen eigentlich aber Angstattacken. Und diese Grenze, was noch was ist, ist wirklich schwierig zu ziehen. Ich habe nach Definitionen geguckt, was denn eigentlich eine Angstattacke und eine Panikattacke ist, um das nochmal besser erläutern zu können. Aber das ist wirklich schwierig, weil es eigentlich übergreifend ist. Für mich persönlich ist eine Angstattacke auf etwas Spezielles. Spezielles, ich merke was an meinem Körper und bekomme Angst und daraus entwickelt sich eine Panikattacke. Eine Panikattacke ist für mich das, was ich nicht mehr kontrollieren kann. Und eine Panikattacke ist auch für mich das, was aus heiterem Himmel kommt, ohne dass ich was gespürt habe, sondern die ist einfach da. Zum Beispiel, wenn ich nachts aufwache mit Panikattacken. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich in einer Panikattacke nichts mehr tun kann. Deswegen würde ich eher davon sprechen, was kann man tun, wenn man Angst bekommt, dass es gar nicht mehr zur Panikattacke übergeht. Denn in einer Panikattacke ist man irrational, rationales Denken ist kaum noch möglich. Ich drehe wirklich durch bei Panik und mache zwar die gleichen Dinge, die ich auch schon tue, wenn ich Angst bekomme. Allerdings ist das dann schon wirklich schwierig und man muss wirklich früher ansetzen. Ich werde euch also jetzt eigentlich eine Liste vorstellen, werde aber vorab noch was dazu sagen. Und diese Liste werde ich auf meinem Blog veröffentlichen am... Wir haben heute Samstag, ich drehe das Video sehr spontan. Das Video kommt hoffentlich am Sonntag, also morgen online. Ich hoffe, dass ich Montag die Liste auf meinem Blog veröffentlicht habe. Meinen Blog blende ich euch hier nochmal ein. Ich werde es so machen... Also mein Blog wird sich nochmal umstrukturieren. Mir gefällt ja so nicht, wo man was findet und was man überhaupt dort findet. Ich werde die Liste jetzt aber erstmal so platzieren, dass ihr sie an der rechten Seite, wenn es möglich ist, immer auf der Startseite habt. Und ich werde sie aktualisieren. Für die Aktualisierung kann ich natürlich auch eure Hilfe gebrauchen. Wenn ihr noch Ideen habt, was ihr noch so macht, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn viel Neues dazu kommt, werde ich auch noch ein weiteres Video dazu machen. Ich finde es aber schön, das auch als Textformat zu haben. Ihr könnt euch das auch dort runterladen und ausdrucken. Denn das ist einfacher, als wenn man jetzt ein Video schaut und sich das alles merken muss. So hat man vielleicht dann einen Zettel in der Hand, den man sich irgendwo hinlegen kann und damit arbeiten kann. Trotzdem möchte ich es einmal in diesem Video erzählen. Ich habe es mir auch notiert. Das heißt, ich werde wahrscheinlich viel auf mein Büchlein gucken, weil es ja eigentlich nur eine Liste ist, die ich aufzähle. Generell zu dem Thema, was kann man gegen Angst- und Panikattacken tun? Hier geht es ja heute um Skills, um Dinge, die man in dem Moment tut. Generell sind das ja alles Dinge, die eine Musterunterbrechung darstellen, einen Wegbringen von den Gedanken, die man hat oder wie man da sonst mit umgeht. Und generell finde ich das falsch. Ich glaube nämlich, dass man Angst nicht durch Ablenkung, durch Kampf, durch nicht haben wollen, besiegen kann. Und außerdem lenkt man sich dann von sich selbst ab. Denn die Angst gehört zu uns, die hat einen Grund und wir lehnen uns selbst an. Für mich ist das einzig Richtige, was man tun kann, während einer Angstattacke oder einer Panikattacke oder das Sinnvollste in meinen Augen ist, wenn ihr sie zum Beispiel zu Hause bekommt, euch wirklich hinzusetzen und dieses wahnsinnig schlimme Gefühl geschehen zu lassen. Gar nichts zu tun. Sie so anzunehmen, wie sie ist. Ich glaube, nur dann hat man eine Chance, dass sie auch irgendwann geht. Denn diese Angst will beachtet werden. Das heißt nicht, dass ihr euch in diese Symptome reinsteigern sollt, sondern ihr könnt sie wahrnehmen, annehmen, fertig. Ich glaube, dass das der einzigste Weg ist. Auch unterwegs, wenn ihr eine Panikattacke im Auto bekommt, fahrt irgendwo rechts ran und wartet, bis sie vorbei ist. Im Supermarkt genau das Gleiche. Nicht schnell einkaufen durch die Kasse rennen. Denn dann seid ihr schon wieder auf dem Weg nach Hause und das ist wieder eine Art der Flucht. In meinen Augen lässt sich Angst nicht bekämpfen durch Ablenkung, durch ich will sie nicht haben. Ich glaube, man muss einfach lernen, damit umzugehen. Und das macht man eben nicht durch Ablenkung, sondern dass man sie voll und ganz annehmen kann. Ich glaube, wenn man das kann, dann ist man auf einem sehr, sehr guten Weg und die Angst kann einem vor allen Dingen nichts mehr anhaben. Wenn ich versuche, mich abzulenken, will ich sie nicht haben. Das heißt, ich steuere immer noch dagegen. Und in meinen Augen ist das nicht der richtige Weg. Ich möchte aber so fair sein und euch auch sagen, dass ich es auch nicht anders kann. Ich arbeite auch nur mit Musterunterbrechung, mit Ablenkung bisher. Und weiß aber, dass das falsch ist und dass mich das auf Dauer nie zum Ziel führen wird. Und genau deswegen, weil ich es auch nicht kann, ich denke, wir haben ja in ganz vielen Videos schon darüber gesprochen und deswegen möchte ich euch die Skills auch an die Hand geben, die Ideen an die Hand geben, was man machen kann. Grundsätzlich denke ich aber persönlich, dass es nicht richtig ist. Ich stehe trotzdem zu diesen Ablenkungsverfahren, denn ich kann es auch nicht besser. Obwohl ich weiß, dass es eigentlich falsch ist, denn es bringt nichts, sich immer abzulenken, abzulenken, abzulenken. Davon geht sie niemals. Ich hoffe, dass ich irgendwann dazu bereit bin, das genau so zu tun, eben sie auszuhalten, so wie sie ist, anzunehmen, so wie sie ist, ohne, oh Gott, ich muss mich jetzt ablenken. Aber trotzdem, da die meisten von uns so weit nicht sind, möchte ich diese Liste mit euch durchgehen. Und auch an dieser Stelle wieder, das ist nur meine persönliche Meinung, ich bin weder Arzt, Apotheker, Heilpraktiker oder sonst was. Ich glaube, das muss ich noch viel öfter erwähnen, als ich das schon in jedem Video tue, aufgrund der ganzen Anfragen. Das ist meine Meinung, meine Erfahrung, was ich selbst erlebt habe in den acht Jahren, was ich mir vielleicht erlesen habe. Ich habe sehr, sehr viel gelesen aus hunderten von Quellen und mir daraus bildet man sich ja ein Urteil oder ich habe schon vieles erfahren, was mir geholfen hat, was mir nicht geholfen hat, was mir phasenweise geholfen hat und all das teile ich mit euch. Es kann natürlich auch passieren, dass ich in dem Jahr sage, Gott, was ich da geredet habe, nee, ich habe heute eine ganz andere Meinung. Auch das kann passieren, denn Meinungen können sich ändern. Und ja, das ist so mein aktueller Stand, wie ich darüber denke, was, ja, was helfen kann, was nicht, was man grundsätzlich tun sollte, auch wenn ich es zum Beispiel auch nicht kann. Und jetzt genug dieser Worte und wir gehen über zu den Skills. Ich habe das ein bisschen unterteilt in verschiedene Kategorien und Punkt 1 ist einfach die Aktivität. Dieser Punkt ist für mich dann noch der sinnvollste überhaupt, denn Aktivität baut Stresshormone ab. Unter Aktivität verstehe ich zum Beispiel Sport betreiben. Generell Sport, wisst ihr, habe ich ein Video zugemacht, verlinke ich euch, ist in meinen Augen einer der wichtigsten Therapieansätze überhaupt oder einer der wichtigsten Bausteine überhaupt bei Angststörungen, gerade wenn man auf die körperlichen Symptome so viel achtet. Aber das, wie gesagt, in einem anderen Video. Und auch hier hilft Sport, einem runterzubringen, Adrenalin abzubauen. Man wird ja auch müde und somit verschwindet auch die Angst. Dann könnt ihr spazieren gehen. Ich fange zum Beispiel an, wenn es zu Hause ist, zu putzen, meinen Haushalt zu machen, was weiß ich, die Spülmaschine auszuräumen, Wäsche zu machen, aber auch in einem extremen Tempo. Auch Sachen zu machen, die ich sonst selten mache, wie Türen abwaschen oder sonstige Dinge. Es gibt ja immer irgendwas zu tun in einem Haushalt. Wer einen Boxer hat, kann sich auch daran richtig auslassen. Manchmal oder vielen hilft auch die Musik aufdrehen, richtig laut singen, das Rausschreien oder Tanzen. Generell auch Schreien hilft vielen. Was ihr noch machen könnt, ist bügeln und dann auch schnell und ein bisschen, ja, eben auch um den Stress abzubauen. Und was ich auch zur Aktivität zählen würde, sind Atemübungen. Da sind die Meinungen unterschiedlich. Manchen hilft es und manche können es gar nicht. Ich persönlich kann es nicht, denn umso mehr ich mich auf meinen Atem konzentriere, umso mehr Angst bekomme ich ja. Ansonsten hilft aber vielen tatsächlich Atemübungen. Es gibt dort verschiedene Atemtechniken. Eine ist zum Beispiel, dass ihr vier Sekunden einatmet, dann vier Sekunden die Luft anhaltet und sechs bis acht Sekunden ausatmet. Da müsst ihr aber euren eigenen Rhythmus finden. Und das macht ihr ein paar Mal und das holt euch runter und ihr kommt von der Hyperventilation weg. Bei mir passiert allerdings genau das Gegenteil. Aber ich weiß, dass es vielen hilft. Ja, die nächsten Ideen sind wirklich reine Ablenkung, aber Ablenkung über die Sinnesorgane, wo es einfach wieder nur darum geht, eine Musterunterbrechung zu schaffen. Also eben weg von den Gedanken, die man hat, oh Gott, ich kriege keine Luft, oh Gott, mein Herz rast, oh Gott, ich muss hier weg. Einfach die Aufmerksamkeit auf was anderes lenken. Und hier habe ich das eingeteilt in die verschiedenen Sinnesorgane. Kommen wir einmal zum Schmecken. Wenn du das kannst, ess am besten scharfe Dinge wie Wasabi oder Chili. Auch eiskalte Dinge wie Eiswürfel. Scharfe Kaugummis. Und bei Kaugummis ist es sowieso so, dass die Stress abbauen. Sehr viele Ängstler haben immer Kaugummis dabei. Da gehöre ich auch zu. Dann Brausetabletten. Durch das Britzeln auf der Zunge lenkst du deine Aufmerksamkeit auf dieses Britzeln. Und auch kaltes Wasser trinken. Kaltes Wasser macht auch den Kreislauf stabiler. Und es ist kalt, du spürst was anderes. Und ja, es ist wieder eine Musterunterbrechung. Kommen wir zum nächsten Sinnesorgan, das Riechen. Hier könnt ihr zum Beispiel Riechstäbchen verwenden oder Räucherstäbchen. Auch Duftöle, wie zum Beispiel Zitrone oder Orange. Denn diese sind ja angstlösend. Wer was mit Aromatherapie anfangen kann. Dann natürlich auch Lavendel. Lavendel ist beruhigend. Oder auch wirklich gutes, krasses Parfüm, was einfach stark riecht. Es gibt noch irgendwas anderes, aber ich bin nicht drauf gekommen. Das lese ich immer wieder. Aber mir fällt es nicht mehr ein. Vielleicht fällt es einem von euch ein. Wenn ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich werde es dann in die Infobox schreiben. Oder es fällt mir noch ein. Ich google gleich nochmal. Aber auf Anhieb habe ich es nicht gefunden. Ich weiß nicht. Ich glaube, das riecht ähnlich wie Ammoniak oder so. Also ganz extrem. Und das hilft auch sehr vielen. Dann kommen wir zu dem Sinnesorgan Sehen. Du kannst zum Beispiel, wenn du unterwegs bist oder im Auto bist, die Leute beobachten, was die so machen. Oder wenn du in der Stadt bist und irgendwo sitzt, dann kannst du auch dort die Leute beobachten. Oder auch wenn du zu Hause bist und vielleicht gehen dort Menschen spazieren. Das gilt natürlich auch für Tiere beobachten. Einfach zu schauen, ja, was ist gerade in deinem Umfeld. Auch zu gucken, wo befindest du dich gerade. Und was passiert dort. Viele fangen auch einfach an, YouTube-Videos zu gucken. Oder Fernsehen zu schauen. Manche können tatsächlich auch noch lesen als Ablenkung. Und es kommt natürlich immer darauf an, auf welches Sinnesorgan du am meisten geschult bist oder auf welches du am besten reagierst. Das ist halt immer was, was man ausprobieren muss. Kommen wir zum Hören. Was ich mache zum Beispiel, ist Hörspiele hören oder Hörbücher mir anhören. Dann aber wirklich über Kopfhörer. Dann nehme ich das Außen nicht so wahr. Ich nehme meinen Körper nicht so wahr und bin wirklich weg. Du kannst dir auch Meditation anhören, wenn du dich nicht still hinlegen kannst. Das hilft mir zum Beispiel auch sehr gut. Ja, was ich auch immer mache, deswegen anscheinend bin ich sehr auf dieses Sinnesorgan trainiert, ist das Telefonieren. Wenn ich es gar nicht mehr aushalte, dann rufe ich jemanden an. Früher habe ich das bei jeder Panikattacke gemacht. Heute eher selten. Sprich dann aber auch nicht über deine Panikattacke. Dann lenkst du noch mehr Aufmerksamkeit auf die Angst. Und das Telefonieren bringt dir dann nichts mehr, sondern rufe einfach an und sag, ich möchte mit dir telefonieren. Wie geht es dir? Was machst du? Erzähl ein bisschen was. Erzähl du auch ein bisschen was, denn auch das lenkt dich ab. Aber rede am besten nicht über deine Angst in dem Moment. Auch hier, wenn du zum Beispiel im Café sitzt, dann hör den Menschen bei den Gesprächen zu. Belauschi. Das ist vielleicht nicht nett. Oder man macht es nicht, es ist unhöflich. Aber es hilft, weil du deine Aufmerksamkeit auf etwas ganz anderes lenkst. Ja, oder hör den Autos der Straße zu. Hör dir die Geräusche an. Was hörst du? Solche Dinge. Und natürlich auch Musik hören. Ja, auch das scheint vielen zu helfen. Kommen wir zum nächsten, zum Fühlen. Du kannst dir zum Beispiel kaltes Wasser über die Handgelenke laufen lassen. Also fließendes Wasser, kaltes Wasser, richtig kaltes Wasser unter dem Wasser haben. Erstens kubbelt das deinen Kreislauf an, stabilisiert das alles ein bisschen. Und das macht wirklich viel, viel aus. Ich mache das jedes Mal und das hilft auch wirklich. Wenn du kannst oder wenn du zu Hause bist und noch in der Lage dazu bist, geh kalt duschen. Auch das holt dich wieder total runter. Dann, wenn du Tiere hast, streichel deine Tiere. Denn auch die haben eine beruhigende Wirkung und du machst was anderes und beschäftigst dich dann ja auch gleichzeitig mit dem Tier. Dann fallen mir noch drei andere Punkte ein, die ich immer wieder lese, selbst aber noch nie gemacht habe. Viele nehmen sich ein Gummiband und ein Gummiring, machen sich dem ins Handgelenk und lassen den flitschen. Und dabei geht es auch einfach darum, das tut weh, dass man für einen Bruchteil der Sekunden die Aufmerksamkeit auf was anderes lenkt. Und damit ist wieder die Musterunterbrechung da und du kannst gucken, ob du umdenken kannst. Und es holt dich aus der Situation raus. Ebenfalls in Richtung Schmerzen geht es. Viele machen sich Kieselsteine in die Schuhe, weil auch das tut weh, wenn man darauf läuft. Und eine ganz besondere Technik ist die Klopftechnik. Ich weiß nicht, wer die von euch kennt. Ich gucke mal, ob ich in der Infobox ein paar Videos verlinke. Es gibt auf YouTube ganz viele davon, von dieser Klopftechnik. Auch da geht es darum, bestimmte Punkte im Gesicht und am Körper zu klopfen, um auch die Aufmerksamkeit auf das Klopfen zu legen. Und diese Klopftechnik ist auch noch belegt mit Sätzen, die man sagt, positiven Sätzen, um eben auch von diesen negativen Gedanken wegzukommen. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht, allerdings ist es bei mir in Vergessenheit geraten. Aber ich wollte es an dieser Stelle auch noch nennen, weil es ja auch eine Technik ist, die übers Fühlen funktioniert. Ja, und zum Schluss würde ich sagen, gibt es noch beruhigende Dinge. Zu den beruhigenden Dingen zählt dann auch noch mal die Atemüdemung. Wenn du das kannst und sie dir keine Angst macht, dann holt sie dich nämlich runter. Sie normalisiert deine Atmung wieder. Deine Hände hören auf zu kribbeln. Und ja, mit dem Atem kann man sehr, sehr viel machen. Dann auch Malen. Eine Art von Malen ist das meditative Malen. Klar ist es auch Aktivität. Du tust etwas, du konzentrierst dich auf etwas anderes, es beruhigt. Und ich glaube, Malen ist auch eine sehr gute Technik. Ja, was ich in der Klinik immer gemacht habe und auch lange noch zu Hause, ist Stricken. Erstmal hat es mir geholfen, weil ich mich ganz stark konzentrieren musste, weil ich überhaupt nicht stricken konnte. Und irgendwann hatte das durch, ja dadurch, dass man immer die gleiche Bewegung macht, eine beruhigende und eine meditative Wirkung tatsächlich. Und ich bin auch tatsächlich mit den Händen, mit etwas anderem beschäftigt. Auch das kann zu der Aktivität gehören oder zu dem Adrenalinabbau, wenn ihr nämlich ganz schnell strickt. Ich habe eine Freundin, die kann wahnsinnig schnell stricken. Und ich habe das irgendwann auch versucht. Und noch mehr muss man sich konzentrieren, weil das ja ganz kleine Löcher sind. Und ja, ganz schnell zu stricken. Auch das holt einen runter. Dann natürlich auch wieder zur Beruhigung mit den Tieren zu spielen. Wer zum Beispiel eine Katze hat, die sind ganz, ganz ruhig. Die fangen wahrscheinlich auch an zu schnurren. Das ist auch etwas ganz, ganz Beruhigendes. Also auch mit ihr zu kuscheln, mit ihr zu spielen. Und auch das bringt dich in das Hier und Jetzt zurück. Dann gibt es noch die Ampelübung. Sie funktioniert so, dass ihr 10 bis 15 Sekunden alles ganz fest anspannt und nach 15 bis 10 Sekunden wieder loslasst. Dadurch merkt ihr aber den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. Das ist eine Technik, die man eigentlich in jeder Therapie erlernt oder in jedem stationären Aufenthalt erlernt. Das ist eben Muskelentspannung nach Jakobsen. Das ist eigentlich nichts anderes. Es geht einfach darum, die Entspannung zu merken. Und umso öfter ihr das macht, umso mehr könnt ihr euch auch entspannen. Und auch hier seid ihr natürlich mit der Aufmerksamkeit wieder woanders. Mein Favorit bei dem beruhigenden Ding ist natürlich die Meditation. Die Meditation beruhigt euch, holt euch runter. Ihr beschäftigt euch mit etwas anderem. Ihr werdet einfach ruhiger. Allerdings ist das auch nicht für jeden was, weil man sich am Anfang meistens auf den Atem konzentriert. Die Meditation ist für mich auch an diesem Punkt wieder die sinnvollste Sache. Denn auch die zählt dazu, dass man Angst aushält und sich mit sich selbst beschäftigt, ohne Ablenkung. Die passt eben in die Skills, zu den beruhigenden Wirkungen, aber auch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Dass man sich hinsetzt, hinlegt, was auch immer und abwartet, bis es vorbei ist. Und bei der Meditation beschäftigst du dich ja mit den Gefühlen, die du da gerade hast. Somit passt das in beide Kategorien. Meditation kann Wunder bewirken und ist ein sehr, sehr großes Mittel, mit dem man was machen kann. Ja, und zu guter Letzt ein Punkt ist noch die Autosuggestion. Ja, bei der ihr euch praktisch einredet. Alles ist in Ordnung. Mir kann nichts passieren. Das ist gleich vorbei. Ich bin gesund. Also mit positiven Sätzen. Das habe ich bei meiner ersten Angststörungsphase 2004 genauso gemacht. Ich habe zwar einen anderen Satz verwendet. Da war ich noch in diesem Kampfmodus gegen die Angst und habe immer gesagt, Angst, du bekommst mich nicht. Angst, du kriegst mich nicht. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Allerdings würde ich es heute nicht mehr negativ formulieren der Angst gegenüber. Sondern wirklich, ich bin gesund. Mir kann nichts passieren. Ich kenne das alles schon. Und ja, umso öfter man das macht, umso überzeugter wird man auch davon. Und umso mehr kommt das auch in eurem Gehirn an. Und ihr verbindet auch hier wieder neue neuronale Verknüpfungen. Das sind so die Dinge, die ihr machen könnt. Wenn ihr merkt, ihr bekommt Angst. Ihr seid aber noch nicht so weit, um sie wirklich auszuhalten. Bevor ihr in Panik verfallt und irrational werdet. Versucht diese Dinge zu tun. Oder was euch sonst noch so einfällt. Das waren jetzt einfach nur ein paar Beispiele. Und grundsätzlich, ja, geht es einfach darum, seine Bewertung dem Ganzen gegenüber zu verändern. Dass man eben weiß, es passiert mir nichts. Ich habe das schon hunderttausend Mal gehabt. Und mir wird auch bei der nächsten Panikattacke nichts passieren. Und das ist natürlich der Knackpunkt. Das ist auch etwas, was ich nicht kann. Ich bekomme von Mal zu Mal tatsächlich mehr Angst. Ja, aber grundsätzlich geht es einfach darum, seine Bewertung dem Ganzen gegenüber zu verändern. Das kostet alles Zeit. Das kostet Kraft und das kostet Mut. Aber die Zeit verändert euch. Und ja, jeder von euch wird bestimmt seinen Weg finden. Jeder seinen individuellen. Ich bin der Meinung, es gibt keine Patentlösung, warum ich das sage. Werde ich in einem weiteren Video erfahren. Damit zum Abschluss. Das ist jetzt erstmal meine Liste, was ihr tun könnt als Musterunterbrechung oder eben auch Ablenkungsmanöver. Ja, grundsätzlich werde ich euch in nächster Zeit noch ein paar Bücher vorstellen, die auch genau das unterstützen und sagen, ja, ich möchte ein bisschen dahin kommen, warum ich eben meine, dass es individuell für jeden anders ist und für jeden einen anderen Schlüssel gibt. Und ja, da wird es noch ein paar Buchvorstellungen geben. Und ansonsten lasst uns die Liste gemeinsam vervollständigen. Wie gesagt, in die Kommentare und ich werde euch das als Dokument noch zur Verfügung stellen. Auf meinem Blog werde ich das auch immer wieder erneuern, wenn mir mehr einfällt, wenn ihr noch Ideen eingebracht habt. Also schaut dort gerne immer wieder vorbei. Und sollte es noch sehr viel mehr sein, bekommt ihr ein zweites Video dazu. Ansonsten, alle meine Tipps-Videos werde ich jetzt hier irgendwo diese Playlist verlinken. Solange es noch geht. Es geht, glaube ich, nur noch bis Montag. Ich weiß noch nicht genau, was mit den Playlisten ist. Auf jeden Fall findet ihr jetzt hier meine Tipps-Videos, die ich bisher schon gedreht habe. Sei es, ja, da geht es aber eher um grundsätzliche Tipps, was man an sich gegen diese Störung machen kann. Alles, was mir zu dem damaligen Zeitpunkt angefallen ist oder was ich getan habe oder auch heute noch tue. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt und das noch nicht gesehen habt, weil wir haben ja einen großen Zuwachs hier bekommen, was mich immer noch mega, mega, mega freut. Und ja, auf diesem Weg natürlich noch einmal herzliches Dankeschön für eure Unterstützung. Ja, ich weiß das wirklich zu schätzen und bin nach wie vor motiviert, hier weiterzumachen. Auch wenn mir sehr viele Steine, wie ihr wisst, in den Weg gelegt worden sind. Aber wir werden sehen, wohin der Weg führt. Ja, mein Plan grundsätzlich, den ich hatte mit den drei bis zwei Videos pro Tag und mit den Livestreams, das wird nicht so klappen, wie ich das geplant hatte. Denn dann gibt es Probleme jetzt mit Rundfunklizenzen etc. etc. Und ich darf ja auch immer noch nicht so, wie ich gerne möchte, hier auf meinem Kanal. Ja, deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass jetzt doch bald die Pause kommt. Denn es ist wirklich sehr, sehr viel los bei mir privat und ich brauche mal eine Pause. Deswegen wundert euch nicht, wenn wirklich mal zwei Wochen kein Video kommt. Ich bin im Moment nicht in dem Modus, dass ich vorgedreht habe, sondern es ist heute Samstag. Das Video hätte heute online kommen sollen. Es kommt jetzt morgen. Ich habe leider nichts vorgedreht und deswegen wird es, ich weiß nicht wann, wenn ich es wirklich nicht schaffe, wird es zu einer Pause kommen. Wundert euch dann nicht und bitte nehmt es mir nicht übel, aber ich brauche auch mal eine Pause. Die werde ich mir nicht aktiv nehmen. Ich werde nicht sagen, jetzt zwei Wochen, sondern ich werde gucken, wann ich es noch einbauen kann, ein Video zu drehen. Ideen habe ich im Moment so, so viel in meinem Kopf. Natürlich auch, wenn ihr was Spezielles haben wollt, immer in die Kommentare. Ich habe so viele Ideen, was ich machen kann, aber mir fehlt einfach die Zeit und ich werde es davon abhängig machen, wie viel Zeit ich habe. Wenn ich es nicht schaffe in einer Woche, dann schaffe ich es nicht. Ja, okay ihr Lieben. Genug geschnackt. Ich hoffe, wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne kostenlos tun. Das würde mich natürlich wieder wie immer mega freuen. Der Unterschied zu Nutzer ohne Abonnenten ist immer noch sehr hoch. Wir sind bei 50,50. Deswegen, wenn du meine Videos doch gerne schaust, dann abonniere mich bitte. Das würde mich wie gesagt mega freuen. Ja, ich wünsche euch wie immer eine angstfreie Zeit, dass ihr ja auch die Sonne genießen könnt, die zurzeit in Deutschland da ist. Und ja, wenn ihr Angst bekommt, habt ihr vielleicht einen kleinen Impuls von mir bekommen können. Ich weiß es nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Spätestens am Samstag wird es aber einen Vlog geben, denn ich vlogge die nächste Woche mit. Und ja, das war es von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Bis dahin. Euer Fähnchen. Tschüss.